Willkommen zum zweiten Teil des Vlogs. Wundert euch nicht, sollte dieser Vlog jetzt einen Tag später kommen und einen Tag Pause dazwischen sein. Begründung relativ simpel. Ich brauche ja noch einen Tag zum Cutten. Das habe ich gestern irgendwie nicht mit eingeplant. Also ich hätte den Vlog 1 tatsächlich einen Tag später releasen sollen und nicht noch am selben Tag. Das macht gar keinen Sinn, weil ich kann ja nicht immer am gleichen Tag schneiden. Das wird so nicht hinhauen, sondern meistens einen Tag später, vor allem wenn ich da noch unterwegs bin. Außerdem bin ich ein bisschen traurig, weil ich habe meine SD-Karte auf Arbeit vergessen gehabt, weswegen ich zum einen Liegestütze, Sit-Ups und so weiter nicht filmen konnte. Okay, ist jetzt nicht so spektakulär. Level 2, also das heißt zwei Sit-Ups, zwei Liegestützen und ja, was war das andere? Zwei Kniebeugen, zweimal Meter laufen. Bin ich im Übrigen zum Bäcker gelaufen, hin und zurück. Was habe ich da gesucht? Brötchen kann ich eh nicht essen, aber Milch habe ich nicht mehr gehabt. Ansonsten habe ich es heute, und das ist doppelt ärgerlich eigentlich, es geschafft gehabt, zwei Stunden näher aufzustehen. Also ich bin um 6 Uhr aufgestanden heute. Aktuell bin ich ein bisschen müde, es geht aber. Und da will ich euch natürlich auch nochmal eine Erfahrung mitteilen mit diesem Miracle Morning, was ich ja gesagt habe. Zwei Stunden näher aufstehen, Zeit für sich selber nehmen. Das hat in der ersten halben, dreiviertel Stunde nicht so wirklich geklappt. Also ich bin, habe mich schwer getan, erstmal um 6 Uhr aufzustehen, jetzt dieses erste Mal. Und ich war erst so, Gott Mori, warum tust du dir das an? Es war wirklich, ich hatte wirklich Schwierigkeiten aufzustehen. Und ich habe mit dem Gedanken gespielt, mich wieder hinzulegen und einfach weiter zu pennen. Nach dem Motto, ja merkt ja eh keiner. Ich kann euch ja irgendwas erzählen. Und dann bin ich aufgestanden und habe erstmal so weitergemacht, wie ich jeden Tag weitermachen würde. Also ich bin direkt so im Hustle-Modus gewesen. Direkt Dinge erledigen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt, ich habe Mülleimer, Müll runtergebracht. So diesen ganzen Krempel irgendwie. Ich weiß nicht, wenn ich dann morgens aufstehe, dann bin ich sofort, auf geht's. Und dann hatte ich überhaupt keinen Spaß daran, bis ich mir gedacht habe, okay Amori, das ist ja gar nicht so Sinn der Übung, dass du jetzt genau das machst, wozu du gestern nicht mehr gekommen bist. Sondern der Sinn ist ja eigentlich, dass du in diesen zwei Stunden dir Zeit für dich selbst nimmst. Also ich habe wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, um das zu checken. Habe mich dann ins Wohnzimmer auf der Couch gechillt. Da ist mir in Ruhe einen Kaffee getrunken, Hörbuch gehört, gefrühstückt, mit Zeit für mich selber genommen. Und habe dann auch, ja, ein bisschen koreanisch gelernt mit einer App. Also Hangul hatte ich mir ja eh schon beigebracht, aber jetzt so erste koreanische Wörter. Das ist sowas, was ich mir schon seit Star Trek-Zeiten tatsächlich als Ziel genommen hatte. Aber nie dazu gekommen bin. Und habe mir einfach gedacht, ja, du guckst jetzt noch eine Folge Netflix, eine Folge. Und dann waren die zwei Stunden auch relativ schnell um. Also es war dann ganz entspannt. Und dann, als ich dann wirklich reinkam in diesem Chilling, dann war ich auch ein bisschen traurig, dass diese zwei Stunden schon rum sind. Nachdem ich am Anfang noch gedacht habe, okay, total useless. Und jetzt ist es so, ich freue mich auf den nächsten Morgen. Mal schauen, vielleicht geht es dann schneller. Vielleicht geht dann wirklich dieses Gefühl dann weg, dass es, wie ich es heute Morgen hatte am Anfang, dass es mir schwer fiel, viel aufzustehen. Mal schauen. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was das bringt. Aber es ist cool, mal so ein bisschen zum Hörbuch hören zu kommen, mal ein bisschen Sprachen lernen, mal ein bisschen was anderes machen, was man sonst einfach immer so ein bisschen aufschiebt. Das ist ja der Punkt. Aber mal schauen, ob ich das, wie ich das weiter verfolgen werde. Es war, kann ich nur sagen, sehr, sehr ungewohnt, weil wenn ich aufstehe, bin ich halt oder versuche ich sofort produktiv zu sein. Und das muss man sich halt wirklich erst mal abgewöhnen. Ansonsten natürlich viel Laberei. Ich muss ja den ganzen Morgen aufholen. Ich konnte euch ja jetzt gerade nicht mein Frühstück zeigen. Ich konnte euch meine Tränen nicht arbeiten. Das wird besser in Vlog 3. Also da muss ich ja auch eine Routine entwickeln und nicht einfach die SD-Karte auf Arbeit liegen lassen. Ich habe gleich noch ein Meeting. Ansonsten geht es heute noch ins Tropical Island. Ein paar Leute wiedersehen, denn es ist Home Story Cup. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Denn ich habe wirklich die Jungs ewig nicht mehr gesehen. Klar, man sieht sich hin und wieder mal auf Events und ich habe ja schon lange nichts mehr mit StarCraft zu tun. Und ich hatte mir das schon überlegt dann, als ich festgestellt habe, okay, Home Story Cup 20. Ich war damals da. Ich glaube, bei Home Story Cup 3 oder so. weiß ich gar nicht mehr oder 4. Also auf einen der ersten war ich damals da noch bei Take in der Wohnung, also bei Dennis in der Wohnung. ultra lange her. Und da ist ja auch teilweise Home Story Cup gecastet. Auf Deutsch dann solche Geschichten. Es ist wirklich ewig her. Und ich habe schon überlegt gehabt, hinzufahren, bis mich dann Dennis nochmal angefragt hat, beziehungsweise angeschrieben hat, hey, im Ovi hast du nicht Bock vorbeizukommen? Ich so, ja, klar, auf jeden Fall. Deswegen geht es jetzt, obwohl ich in Berlin wohne, dauert es wahrscheinlich trotzdem noch mal eine Stunde dorthin. Dann geht es also ins Tropical Island. Mal gucken, ein bisschen Home Story Cup. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Kamera mitnehmen kann. Ich meine, es ist ja trotzdem noch, dass Leute da schwimmen und baden. Aber mal schauen. So, Leute, da sind wir am Start im Tropical Island. Es ist mittlerweile Nachmittag. Meine Freundin ist auch dabei. Hallo. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Schauen wir mal, ist super cool hier. Vielleicht mache ich gleich noch mal ein paar Aufnahmen. Und ja, jetzt müssen wir erst mal finden, wo die Post abgeht. Also Schilder sehe ich jetzt noch nicht. Aber es ist auch verdammt riesig hier. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Tropical Island wart, aber das ist gigantisch und es ist aber auch wunderschön. Also ich weiß nicht, ob ich dich schon mal findet. Das war's für heute. So Leute, ich sitze hier neben dem guten Dennis, ebenfalls die Esports-Urgestein. Du bist ja auch schon seit gefühlten 20 Jahren am Start. Ja, fast 19 Jahre auf jeden Fall. Ich werde alt. Ja, ich glaube, alt werden wir alle hier. Und man merkt auch schon, Homestory Cup wird auch alt. 20 Jahre, nicht ganz. 10, 9, gute 9 Jahre. Gute 9 Jahre. Du bist zum ersten Mal jetzt hier im Tropical Island. Wie kommt man dazu, im Tropical Island Event zu machen? Ist ja jetzt nicht gerade die naheliegendste Lösung für Events. Ja, absolut. Also das Konzept vom Homestory Cup ist ja schon immer sehr casual gewesen, sehr lustig, viel entertaining. Mit trotzdem den besten Spielern der Welt in Starcraft 2. Weil die haben immer Bock, da auch viel Programm drum herum zu haben. Und ich habe damals gesagt, beim Jubiläum machen wir was Besonderes. Entweder fliegen wir nach Amerika, nach Las Vegas. Was deutlich komplizierter ist. Oder wenn wir hier in der Nähe bleiben. Dann habe ich gesagt, gehen wir auf jeden Fall ins Tropical Island, wenn die wollen. Weil ich hier 2005 die World Cyber Games gespielt habe. Als Warcraft 3 Spieler. Und da habe ich gesagt, irgendwann, wenn ich dann mal Turnierorganizer bin, dann würde ich dir gerne selber mal ein Turnier machen. Und ich hatte das Glück, dass ich darf. Die guten alten World Cyber Games habe ich auch noch in Erinnerung. Durfte ich auch schon mal, Carsten. Ja, generell, wenn wir schon über gute Altenzeiten reden. Wie hat sich für dich so die E-Sport Szene verändert, entwickelt? Wie siehst du das als alter Hase? Ja, sie ist natürlich extrem gewachsen. Ich wollte jetzt fast sagen, deutlich professioneller geworden, was sie auch ist. Aber sie ist schneller gewachsen, als sie professionalisiert worden ist. Einfach weil der Gaming-Hype generell so groß ist. Aber natürlich sind die Strukturen deutlich... Es ist alles more serious. Alles mehr politisch geworden. Teilweise positiv, aber teilweise natürlich auch negativ. Was der Mainstream-Gedanke so ein bisschen witzig bringt, wenn man aus den alten Core-Zeiten kommt. Da mag man es natürlich, wenn man so ein bisschen dieser Underground-Typ-Szene-Seiten hat. Jeder sich kennt und man die coolen Sachen machen darf, ohne dass jeder sagt, Oh nein, das finde ich aber nicht okay, weil ich bin der und der. Und ja, es gibt immer Vor- und Nachteile. Und generell hat sie sich halt im Positiven entwickelt. Und man kann nicht alles haben. Ich glaube, das ist die Realität. Ich freue mich generell, wo wir gerade sind. Denn mittlerweile können und dürfen Leute Vollzeit daran arbeiten, Geld damit verdienen. Das muss irgendwann sein, wenn man halt seiner Passion weiter nachgehen möchte. Ich meine, wir haben keinen 40-Stunden-Job. Das ist dann immer noch das Hobby on top sozusagen, wenn man 80, 90, 100 Stunden macht. Aber das sieht man dann nicht als Arbeit, sondern man macht das Geilste, was man sich vorstellen kann und kriegt auch noch Geld dafür. Das stimmt auf jeden Fall. Und du hast ja auch schon extrem viel gemacht. Also nicht nur Home Story Cup, eigene Bar, Barbesitzer liegt jetzt nicht unbedingt auf der Hand. Man hört schon munkeln, die Bar ist eigentlich auch schon zu klein. Gibt es noch ein paar Projekte, was dich nochmal reizen würde? Was vielleicht schon in Planung ist oder was noch kommen wird? Puh, da fragst du mich was. Ja, also tatsächlich gibt es einige Projekte, an denen wir für 2020 nächstes Jahr dran sind. Tja, man kann natürlich nicht zu allem schon was sagen tatsächlich. Aber es sind ein paar coole Projekte auch mit möglichen Locations in anderen Städten. Mit richtig, richtig coolen Events. Ich schiele jetzt mal auch ganz stark als Strategie-Fan Richtung Warcraft 3. Ich glaube, das tun wir alle. Genau. Schon gezockt auch wahrscheinlich. Ja, ich habe die Beta schon ein bisschen spielen dürfen. Aber wir sind schon sehr weit in einer Turnierorganisation, kann ich sagen, die wirklich, wirklich fett wird. Also ich glaube, es wird das zu dem Zeitpunkt größte und wirklich echt ein richtig, richtig cooles Walk of the Man. Man wird da die coolsten Leute, glaube ich mal, treffen. Die hat man ja jetzt schon vor. Also die ganzen alten Hasen, auch wenn sie teilweise gar nicht mehr spielen, sind vor Ort. So von Wild Rai über die Maga über Todd Rotterdam. Die sind ja auch schon alle gefühlte 1000 Jahre dabei. Man merkt es bei allen so. Der Bauch wird größer, die Jahre werden weniger. Ja, unbedingt. Definitiv. Was ist so, ich sage mal, die größte Herausforderung hier bei diesem Event gewesen? Und was macht mit Abstand am meisten Spaß? Die größte Herausforderung war, alles in Time fertig zu kriegen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Du hast natürlich ein begrenztes Team und die Leute, die hier sind. Es war jetzt nicht so, dass ich sie motivieren musste. Die hatten alle richtig Bock, aber die mussten schon an ihre Grenzen gehen. Und dafür, ich meine, ich bin da ja schon Chef dann am Ende des Tages und muss A als gutes Vorbild vorgehen. Selber auch richtig abliefern, damit Leute sagen, okay, wenn der das schon so krass macht, dann bin ich auch dabei. Das heißt, ich selber habe mich an meine Grenzen gebracht und meine Jungs und Mädels, die haben aber richtig krass Gas gegeben, worauf ich richtig stolz bin. Und ich glaube, das war super schwer, die Leute da hinzukriegen, weil wir wussten, wir können richtig viel schaffen, aber dafür müssen wir wirklich Gas geben. Das war super, super schwer. Ja, und alle zu überzeugen, dass sie das machen, was wir wollen, weil wir haben hier so viel Content gedreht. Wir sind hier in einer Location, wo alle Leute halbnackt sind und die sollen coole, lustige Sachen machen, wo man sich sonst vielleicht im Stream genieren würde. Aber jetzt ist es einfach Part of the Show und alle sagen, YOLO, ich bin dabei und ich finde es supergeil. Die Choris, die feiern das, die rutschen hier immer die ganze Zeit auf der Rutsche und machen Competitions im Pool und Wettrennen im Wasser und was weiß ich. Und alles ist nur noch cool und alle finden es einfach geil, weil das Environment stimmt halt. Ja, ich muss es generell sagen, zum Thema Home Story Cup, also damals war es ja noch bei dir in der Wohnung und so weiter und dann in der neuen Wohnung über dem Pub. Also es war ja schon immer ein Part von Home Story Cup, dass man diese Fanny hatte. Ich weiß noch, wo dann alle immer runtergegangen sind, zu den Fans eintrinken, richtig gute Stimmung und so weiter. Gibt es denn aus 20 Ausgaben Home Story Cup eine Anekdote, die besonders ins Gedächtnis geblieben ist und die du mir vor allem auch erzählen kannst? Also ich kenne auch ein paar Storys, aber ich weiß nicht, was man davon... Boah, also bei dem Event, wo viel Entertaining und viele Leute wirklich Freunde sind, gibt es natürlich eine Millionen-Storys. Es gibt natürlich welche, die ich wahrscheinlich in mein Grab mitnehme. Boah, das ist ja, wir gehen natürlich tausend Sachen durch den Kopf. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich kann nichts erzählen, was nicht schon erzählt worden ist, wenn man mal als Videocontent findet. Aber, boah, ey, was willst du am liebsten? Irgendwas, was... Ich weiß nicht, das ist dein Shot. Boah, das ist super schwer zu sagen. Was du den Leuten jetzt erzählen würdest. Was macht denn vielleicht viele... Was den Home Story Cup besonders macht, ist, dass extrem viele Emotionen drinsteckt. Gerade hatte ich erst ein Segment, wo einer unserer Kommentatoren und damaligen Spieler, der erste Sieger vom ersten Home Story Cup, den Muslim, auf der Couch geweint hat vor Freude. Was mir auch schon definitiv das eine oder andere Mal hier passiert ist, heute Morgen erst noch, als ich die Show begonnen habe. Es ist ein sehr emotionales, positives Event und die Leute sind einfach sich selbst und das ist, glaube ich, was sehr Besonderes. Sehe ich auch so. Also, wenn das wieder rauskommt, sollte der Home Story Cup noch laufen, schaut auf jeden Fall rein. Und danke, dass man hier dabei sein darf. Sehr gerne. Und viel Erfolg euch natürlich. Danke.